Mirjolein, danke für dein Zeitpunkt. Die erste Vigilheit gegen Thun. Was war anders als die anderen Spiele gegen Thun? Ja, wir wissen, dass wir bereits sechs Punkte verloren haben. Wir vorbereiten uns sehr gut für dieses Spiel. Wir müssen nicht passieren, was im ersten Spiel passiert ist. Wir spielen unseren Fußball in der ersten Halbzeit. Nach 2-0 war es eine sehr gute Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht so gut angefangen. FC Thun hat 2-1 gespielt, aber das wichtigste ist die Reaktion, dass wir schnell für 3-1 gespielt haben. Ich glaube, dass wir gewinnen. Du hast es selbst gesagt, dass die erste Halbzeit sehr gut war. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es irgendwelche Probleme. Was war der Grund für die ersten Halbzeit der zweiten Halbzeit? Ich glaube, es ist normal, dass ein Team wie Thun, nach 2-0, nach 2-1 gespielt wird. Wir haben nicht so gut reagiert. Aber wie gesagt, wir sind glücklich mit 3-1 gespielt. Und wir müssen diese 3-1 gespielt werden. In dieser Situation, in der wir ein paar Probleme hatten, habt ihr die Unterstützung von den Fans gehalten? Ja, natürlich. Ich habe die Unterstützung in jedem Spiel. Wir haben wirklich gute Unterstützung, nicht nur bei Hause, sondern auch bei A-Games. Und ja... Und das gibt dir extra Motivation, zu kämpfen für dieses Team und für dieses Klub. So, congratulations für die Victory und have a nice evening. Bye.